Gleichmut. Mit allem gleichmutig bleiben. In der formalen Meditation der Gelassenheit wird über das Gesetz von Ursache und Wirkung kontempliert, der Tatsache, dass alles, was wir Lebewesen erfahren, aus Ursachen und Bedingungen entsteht, aus unserer Konditionierung, aus unseren gewohnheitsmäßigen und karmischen Tendenzen. Dabei besteht die Gefahr, dass wir in eine Haltung der Teilnahmslosigkeit verfallen, weil wir finden, wir könnten eh nichts am Wohl und Wehe der Wesen ändern. Deshalb ist eine tiefe Herzensverbindung von Güte und Mitgefühl mit den Lebewesen eine unverzichtbare Voraussetzung. Diese Kontemplation über die Gesetzmäßigkeit des Lebens hilft uns, die Offenheit und Entspannung zu finden, die uns erlaubt, die Last abzulegen, für alle verantwortlich zu sein. Gleichmut ist auch ein Thema bezüglich widriger Lebensumstände. Doch manchmal behandeln wir das, was nicht sein sollte oder nicht sein darf, wie Atommüll und fragen uns, wohin wir das Unerwünschte, das unserem Glück im Weg zu stehen scheint, exportieren oder wo wir es einsagen können. Sei es die enttäuschende Liebsbeziehung, die gescheiterte Prüfung oder der nicht erfüllte Kinderwunsch. Das anteilnehmende Gewahrsein offenbart uns, dass unsere Bewertungen und Schlussfolgerungen, unsere Hoffnungen und Befürchtungen, mit denen wir unseren Lebensspielraum einengen, auf Sand gebaut sind. Ob wir am Erfolg festhalten oder uns mit Misserfolg identifizieren, in beiden Fällen werden wir leiden. Genau das sehen wir zunehmend klarer dank des wachsenden Gewahrseins. Die Natur aller gewünschten und gefürchteten Erfahrungen ist fließend und offen, wenn wir sie nicht durch unser Festhalten an Vorurteilen und Konzepten zementieren. Die folgende Geschichte illustriert, wie unangemessen und solide unsere Vorstellungen sein können. Ein Mann spricht einen anderen auf der Straße an. Hübner, was ist los mit Ihnen? Früher waren Sie klein, nun sind Sie groß. Früher waren Sie dick, jetzt sind Sie mager. Früher hatten Sie eine Glatze, jetzt haben Sie lange Haare. Früher... Ich heiße doch gar nicht Hübner, unterbricht ihn der Passant. Was? Hübner heißen Sie jetzt auch nicht mehr? Gefangen im Festhalten und Wegstoßen können wir die transparente, vergängliche Natur des Lebens nicht sehen. Eine knappe Praxisanleitung könnte lauten, bleibe bei dem, was gerade ist. Dies gilt auch, wenn du überzeugt bist, jemanden nicht zu mögen und die Faust nicht öffnen kannst. Wenn wir bereit sind, in der Katastrophe des Lebens gegenwärtig zu sein, ohne Rechtfertigung oder Verurteilung, sehen wir sogar die flüchtige Natur einer geschlossenen Faust oder eines in Stein gemeißelten Entschlusses. Das macht uns freier. Gleichmut ist nicht gleichgültig, sondern bedeutet, mit allem gleich mutig zu sein. Sind wir gleichgültig, ist unser Geist kontaktlos und erstatt in Furcht vor der Verbundenheit, vor dem In-Kontakt-Gehen mit der gegenwärtigen Erfahrung. Sind wir gelassen, ist unser Geist beweglich, verbunden und furchtlos. Gelassenheit wirkt als starkes Rückgrat für ein offenes und berührbares Herz. Ohne sie könnten wir diese Verletzlichkeit nicht ertragen. Gelassenheit ist also nicht das Gegenteil von Güte und Mitgefühl, sondern ihre Gefährtin. Das Gegenstück zu dieser Herzenshaltung ist der reaktive Geist, der ihm dafür oder dagegen verfangen ist, der bewertet, angreift oder abwehrt. Güte und Mitgefühl sind wie die Wärme im weiten, blauen Himmel der Gelassenheit. Dazu ein Gedicht über die Milde der Gelassenheit von Franz von Sales, Bischof von Genf und Ordensgründer im 16. Jahrhundert. Im Winter ist Gelassenheit Feuer und im Sommer Tau. Sie weiß, in Überfluss zu leben und Armut zu ertragen. Sie zieht in gleicher Weise Nutzen aus Ehrungen und Verachtung, nimmt Freude und Schmerz mit nahezu gleich gestimmtem Herzen an und erfüllt uns mit einer bewundernswerten Milde. Untertitelung des ZDF, 2020